Ich bin MC Flash of Clans und mich feiern alle Leute Ich hab die besten Truppen und die besten Gebäude Die besten Ressourcen und die besten Armeen Mit der besten Strategie kann's keiner mit dir aufnehmen Hab mit Wichtenbart und große Augenbrauen Und gib jedem die Möglichkeit sich was aufzubauen Ihr wollt den besten Plan Deutschlands? Äh, dann kämpft, bevor die Untertanen beutern